Hallöchen Twitch, na? Seid ihr auch fleißige Bauer und Bäuerinnen und freut euch aufs gemeinsame Ernte anbauen mit mir? Ja dann schaltet live rein zu mir, schneid hier rein, schreibt in die Kommentare, was ich hier spiele, na? Ihr ratet es? Wir spielen Story of Seasons A Wonderful Life, kam damals vor 20, 25 Jahren, war das glaube ich Gamecube-Version und ich würde sagen, legen wir los. Schauen wir mal rein hier. Ihr werdet es, schätze ich mal, ein paar Sekunden verzögert sehen. Ja, das tut mir auch voll leid, ne? Aber, ich guck mal. Ah doch, es ist, es ist, ja doch, 10 Sekunden oder so. Ja, sorry dafür, dass es verzögert ist. Aber, immerhin, hey, wir spielen jetzt auf Deutsch. Ich würde sagen, let's go here, neues Spiel. Ich bin schon absolut gehypt hier. Lasst uns starten. Schauen wir mal. Wisst ihr, der Anfang ist immer so mühsam bei den Story of Seasons Games. Ist echt immer... Alles hat mit einem Brief angefangen. Dabei hatte ich bestimmt schon seit Jahren keinen mehr bekommen. Ich glaube, es sind zwischen 8 und 9 Sekunden doch Unterschied. Aber okay. Dann sei es drum. Müsst ihr leben damit. Und ich auch. Wir haben uns halt unsere Träume und Wünsche erzählt. Und der Absender des Briefes. Sein Kind. In dem Brief ging es um das Leben in der Stadt. Sein Sohn hat jede Menge Fragen über die Landwirtschaft gestellt. Und mit den Worten geschlossen. Ich würde gerne auf dem Hof arbeiten. So einem Stadtkind muss das Leben im vergessenen Tal verlockend erschienen sein. Tja, das hat mich ganz schön überrascht, muss ich zugeben. Ich habe meine Augen geschlossen und das Lächeln meines alten Freundes gesehen, als wäre es gestern gewesen. Ach, in Nostalgie schwimmen. Habt ihr damals die Gamecube-Version gespielt? Oder auch im Playstation Store. Es gibt ja auch für die PS4 die Spezial-Edition. Aber nun Englisch. Okay, ich hoffe, weil der Ton passt und ist nicht allzu laut. Okay, ähm. Was nehmen wir denn? Gute Frage hier. Hm. Was würdet ihr sagen? Ich schätze mit den lila Augen sind für Mädchen. Und die anderen schätze ich für Jungs. Nehmen wir die hier. Die hier finde ich süß. Diese. Ja, diese lila Farben hier. Wir nehmen die. Wir nehmen einfach die. Hautfarbe nehmen wir. Eine helle Hautfarbe. Augenfarbe nehmen wir blau. Nein, wir nehmen rosa. Okay, weiter geht's. Gesichter, Haut und Augenfarbe können später nicht mehr geändert werden. Bist du sicher, dass es dir so gefällt? Ja. Bin ich sicher. Haare. Hm. Hm. Ist... Nehmen wir mal die hier. Auf jeden Fall rosa Farbenhaare. Und... Ach, dieser Dutt sieht auch sehr süß aus. Ähm. Hm. Ich nehme die Zöpfe hier. Ja, die Zöpfe finde ich niedlich. Ja. Wir sind natürlich ein Mädchen. Ach, wisst ihr, was ich ändere? Ne. Passt schon so. Okay. Dann gehen wir mal weiter hier. Gib einen Namen ein. Wie heißt du? Ich nehme mich natürlich Yuka. Das ist ja natürlich klar hier. Yuka. Yuka. Okay. Bestätigen. Nein, wir sind eine Sie, also ein Mädchen. Okay, und weiter geht's hier. Bist du bereit? Ja. Ich bin ready dafür. Ich hoffe, ihr seid auch aufgeregt. Jetzt warte ich mal bis jemals so weit Zeit. Ja, aber ich sehe es hier im anderen Bild. Das ist hier... Ist es eigentlich normal, dass es so oft fünf bis zehn Sekunden so hinterher hinkt? Oder kann man das auch ändern noch? Mein Auszeiger hier immer. Okay, du bist also Yuka, stimmt's? Mein Vater war ein guter Mann. Ach, ich schätze schon, ihr könnt das schon lesen, oder? Ja, ich schätze, ihr könnt das schon. Na, ich sehe gerade, ja, weil ich hier Pause gemacht habe, habt ihr natürlich das Bild auch länger gehabt, ne? Okay, das sollte ich vielleicht auch nicht tun. Also dann da werden wir. Habt ihr eigentlich einen Namen? Also irgendeinen Namen für den Hof? Man musste ja immer so einen Namen eingeben. Also, so spontan fällt mir gerade keiner ein. Nein, das sieht aber nicht mehr nach so rosa aus, die Haare. Eher so dunkellila. Ja, wollen wir. Das höre ich gern. Ich freue mich ja schon so, wenn das released wird hier. Das wird so unglaublich. Bin echt gespannt. Also, ich bin gespannt. Okay, das hier ist die Versandskiste. Oh nein, das ist jetzt... Öffnet hier auch noch... Was hier? Das zeige ich euch gleich mit einem halben Desktop hier. Oh man, man. Da drüben stehen deine Lagerschuppen und dein Lebensmittellager. Ja, an diesen Kühlschrank konnte ich mich erinnern. Da hat uns immer dieser... ...harrige Typ damals immer Sacken geklaut. Wisst ihr noch? Habt ihr es auch gespielt? Manchmal bekommst du auch Geschenke oder Belohnungen von anderen Leuten. Okay, das ist natürlich nice. Geschenke. Wenn ihr irgendwelche Ideen für Kuhnamen oder irgendwelchen Tiernamen habt, könnt ihr mich ruhig in die Kommentare schreiben. Haut raus! Oder wenn man mich nicht hört oder sehr schlecht hört oder der Ton zu laut ist. Einfach in die Kommentare damit. Oh, wie süß. Da dürfen wir uns dann wieder einen aussuchen. Okay. Ich könnte natürlich jetzt warten, bis ihr auch... ...ähm... ...aber... ...schätze mal, damit ist es bei euch nicht. Mach ich einfach diesen hier. Damit ihr nicht so lange Standbilder habt hier. Okay. Ähm... Nennen wir ihn. So. Perfekt. Ihr könnt gespannt sein, für welchen Hund ich mich entschieden habe. Welchen hättet ihr genommen? Den gleichen wie ich? Ja, ich hab den mit den Spitzenohlen genommen. Ich find ihn einfach echt mega, mega sweet. Echt mega niedlich. Sehr schön. Also wisst ihr, dass Takakura immer hier, ähm... ...s auf dem Grundstück gewohnt hat, wie wir immer? Ich weiß nicht. Das ist, als wäre das nicht unser Grundstück, wisst ihr? Sie hätten ruhig so einen kleinen irgendwo Abseits hinstellen können. So ein... ...so kleines Häuschen da drüben oder irgendwie so. Ja. Okay. Macht das Tutorial, weil zieht sich immer so, bei den Spielen. Aber egal ob es Harvest Moon war oder Star Wars Seasons. Ich glaub 30 bis 45 Minuten ging allein schon für Tutorials. Für den Anfang immer drauf. Oh, wir haben ein Bekommensgeschenk bekommen. Ähm... Das nehmen wir nicht so. Perfekt. Ich sag jetzt nicht, was es ist, da es ihr bei Verzögert ist. Oder ihr seht das dann eh. Ich weiß es nicht. Oh, sie hat ein Kalb bekommen. Natürlich, das Kalb haben wir nicht bekommen, ne? Hauptsache die Mutter wird weggenommen. Oh, das ist voll fies. Ach ja, jetzt kommt der Name. Nein, ich bin einfach Rosenhof. Finde ich eigentlich ganz schön. Okay. Nein, bitte. Keine Vorstellung. Wir stellen sich selbst vor. Wenn überhaupt. Ich will endlich spielen mit euch. Ich will endlich zocken. Ja, es war ein sehr langer Tag. Also, sagt ihr im Spiel. Also, jetzt nicht für mich, ne? Oh, wir haben eine Kamera bekommen. Probefoto. Yeah. Ja, ne, also die Haarfarbe, ne, die müssen wir, ich glaube, wir können die ändern. Die müssen wir ändern. Naturgeist. Das sind Erntewichtel. Oh, der Blaue ist süß. Check. Welche finden ihr niedlich? Ich finde den Blauen echt sweet. Das ist echt süß. Ne, also die Haarfarbe ist komplett ins Lila gegangen. Der Anfang. Ne, also das ist... Ne, das ist... Was können wir denn hier? Mal in den Kalender gucken. Diesmal hier ist nichts. Waren verkauft. Ja, das kenne ich noch von früher, äh, Kalender. Unsere Zutaten wählen. Da haben wir noch nix. Salate. Haben wir nicht Suppen. Haben wir auch noch nix. Ah ja, das Wetter. Okay, es wird sonnig. Das mit dem Glück damals. Ich glaube, das hat was mit den Fischen zu tun gehabt, oder? Oder was ist das hier? Ich habe keine Ahnung mehr. Oh Gott. Im Spiegel ansehen. Was ist denn das? Man behauptet, ich sei vier Köpfe groß. Wenn ich nur wüsste, wer man eigentlich ist. Mhm, okay. Bisschen schüchtern, unsere Gute hier. Ja, ne, also... Ich ende hier jetzt die Haarfarbe. Haarfarbe. Weil das... Ne, das... Ich dachte, dass es so helle Rose wäre. Aber nein, nein. So, jetzt verlassen wir mal unsere Bude hier. Und legen wir los. Leben im Tal. Okay. Na gut, also manches ist eh selbstverständlich. Also tut mir auch leid, dass ich viel skippe. Was mit dem Lesen hier. Aber wenn man das Spiel schon quasi auswendig kennt noch von früher. Es ist Wunder. Okay, mit die Wunder, das ist neu. Was sind Wunder? Okay. Aha. Okay. Okay, gut. Ich würde sagen, als erstes lassen wir mal unsere Kuh raus. Kriegen wir jetzt überall so eine Notiz? Scheint so, oder? Die Farben sind alle irgendwie... Ich weiß ja nicht. Also ich weiß ja nicht. Kann man sie schon... Oh, okay. Man kann sie auch schon melken. Leute, wir haben was geschaffen. Wir haben Milch bekommen. Das ist voll der Wahnsinn. Wir haben was geschafft. Hier gleich in die Versandskiste. Okay. Jetzt wird uns hier alles erklärt. Pflanzen anbauen. Ich gehe für euch hier so jetzt bei jedem so durch. Dann könnt ihr ja Pause drücken, wenn ihr etwas lesen möchtet. Okay. Einige Anbaupflanzen wachsen nur auf Boden guter Qualität. Okay. Gut. Also ich habe das jetzt gelesen. Also wenn ihr was wirklich lesen möchtet, schaut mal in die Kommentare und dann skippe ich nicht mehr. Ansonsten für die Profis und euch, die das Game genauso gespielt haben wie ich. Es ist fast wie damals, würde ich sagen. Und es gibt wirklich... Es gibt vielleicht einen Unterschied, klar, natürlich. Aber ja, bis jetzt ist eigentlich ganz in Ordnung. Also man hat ja die Felder von damals. Es kommt richtig Nostalgie hoch, wisst ihr? Okay, das macht irgendwie auch so. Unsere Ausdauer geht schnell nach unten. Seht ihr es oben? Okay, ich glaube, mehr wie drei Felder packen wir nicht. Okay. Nee, was... Was gucken wir dann? Hier die... Das ging zum Beispiel bei der Gamecube-Version nicht, dass wir mehr ernten. Also halt aussehen können, ne? Dafür konnte ich mich nicht erinnern, dass man das düngen musste hier. Nee, verstehe ich nicht. Also hier, ne? Musste man das Gras schon immer düngen? Ich bilde mir ein, das war damals nicht so. Okay, dann holen wir uns jetzt... Wie viel brauchen wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig... ...dreiundzwanzig, ja? ...zweiundzwanzig, zweiundzwanzig. Ja, ich und Zahlen. Das ist echt ein Kapitel für sich. Die ersten Tage hier habe ich schon mal gespielt gehabt, äh... ...aber da hat sich der Stream nicht gespeichert, keine Ahnung warum. Also, ihr seht hier, ich denke mal, das sieht man, dass ich, ähm, mich schon etwas auskenne hier. Ähm, willst du bitte mir was verkaufen? Wester? Da? Sie sieht auch noch gleich aus wie damals. Okay, wie viel waren es, äh... ...und, ich glaube, 22 Tomaten waren es, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oder waren es 23? Ach, ich nehme noch eine dazu. Eine nehme ich noch dazu. Okay. Ich bin gespannt, wie das hier mit den Kindern ist. Weil, früher haben die Kinder ja, ähm, entweder die Farm übernommen. Oder sind einfach auf und davon und dachten sich so, ja, macht den Scheiß allein. Aber ja, schauen wir mal. Also, ich habe schon vor, dass, äh, mein Sohn oder meine Tochter, je nachdem, wenn man es sich aussuchen kann, das weiß ich nicht, ähm, schon vor, dass hoffentlich die Farm übernimmt. Ich meine, die ganze Arbeit hier. Und neugierig bin ich auch, wenn das, ähm, wenn die Kapitel, ich glaube, es waren sechs oder sieben damals, vorbei sind, ob wir in diesen Jenseits-Modus weiterspielen können. Oder ob es plötzlich aufhört, ähm, dass wir besterben ja und dann war's das ja, ne? Ich hoffe, das war jetzt kein kleiner Spoiler. Aber ich denke, dass wir eh viele von euch wissen, die das, ähm, gespielt haben. Okay, ich brauche noch etwas hier. Trauben. Ein Pfirsich wollen wir noch haben. Ja, das klingt gut. Nein, das wär's fürs Erste. Danke, Wester. Ciaoi. So. Mit den Blumen konnte man viel Geld machen. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ob die bringen die was, bringen die nichts. Also, Kohle kriegt man... Naja, jetzt hab ich einen Frosch verschluckt. Also, Kohle mit dieser Cash machte man ja immer mit die Obstsamen. Die schmiss man in die Samenmaschine rein und verkaufte direkt die, ähm, waren. Aber das brachte so viel Geld ein, da macht es nach einer Zeit wirklich keinen Spaß mehr, das noch zu spielen. Weil du konntest dir wirklich alles kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, wie sehr sie viel was geändert haben. Da können wir uns nur überraschen lassen. Wenn wir dann ins Buch schauen, um irgendwelche... Ja, das große Feld halt, hätte ich gerne, ne? Also, das große Feld wär schon super, aber... Ich denke, das dauert noch, weil da musste man doch sich mit Tartan, hieß es, glaube ich, anfreunden. Da war so ein Takakuras Hauswunder, ne? Wenn man sich mit ihm anfreundet, dann bekommt man so eine Kreuzungspflanze. Die muss man dann anbauen. Und erst dann konnte man das Feld kaufen für 20.000. Also, ich schätze, das große Feld, das bekommen wir hier noch nicht. Ich glaube, das ging auch erst ab Kapitel 2. Bin mir nicht sicher. Ihr könnt mich ja korrigieren. Hier. Okay. Sehr schön. Ich hoffe, Qualität und so, es passt so halbwegs. Also, ich muss echt sagen, von Emulator aufzunehmen, das zieht tatsächlich mehr, als würde ich jetzt, weiß ich nicht, irgendein anderes Spiel offen haben. Habe ich echt nicht erwartet. Das habe ich echt nicht erwartet. Aber das ist ja auch, weil die so schlecht eingestellt sind, ne? Aber gut. Okay, jetzt haben wir eine echt zu viel. Eine echt zu viel. Was pflanzen wir? Nehmen wir den Apfelbaum. Nehmen wir den Orangen? Ja, würde ich schon sagen, hier, ne? Und als nächstes den Fersich. Ja, ich habe lieber die Früchte schon angebaut hier, weil so haben wir immer schon Sommer oder Herbst, ich habe jetzt nicht geguckt, wann die wachsen, lieber schon etwas hier bei Kasse. So haben wir doch immer ein bisschen... Ach so. Was ist das hier? Wisst ihr schon, wen ihr heiraten werdet? Also, ich weiß noch nicht. Wobei doch, ich weiß es, aber ich sage es euch nicht. Das müsst ihr dann schon angucken. Ich denke jetzt alle bestimmt, das ist Rock. Ja, klar. Er ist mein Liebling, wisst ihr? Okay. Ne, das geht sich echt nicht aus. Seht ihr? Hui, wui, wui, wui. Hui und wui. Ne, das... Wäume musste man nicht gießen, das weiß ich noch. Unsere kleine Milky schläft. Ah, scheiße, Dinger hätten wir auch noch mitnehmen können. Ah, Mist. Ich würde sagen, wir brauchen noch ein bisschen extra Geld. Also, ich finde, Geld wäre eigentlich ganz gut. Aber gehen wir mal zum Questbrett nach unten. Ja, hier haben wir auch eine Quest-Tafel sozusagen. Monatlich gibt es immer zwei Aufgaben. Also, hier einmal Tomaten-Salat. Cecilia sucht eine Tomate. Und Gordi sucht eine Milchsuppe. Okay. Sehr schön. Dann machen wir gleich eine Milchsuppe. Ja, ich weiß nicht, ob das, ähm, Freundschaftsbonus gibt. Ich denke mal, vielleicht nicht. Aber soll er seine Milchsuppe bekommen. Das ist... Ich habe nur festgestellt, in den ersten, ähm, Tagen hier, ich glaube, ich habe bis zum 10. Frühling oder so gespielt gehabt. Und ich muss sagen, ja, mit der Ernte machst du nicht viel Geld. Also, ich zumindest nicht. Ja, gut, ich wahrscheinlich, weil ich nicht dünge oder so. Ich finde, mit dem Tier einer Milch und, äh, Eier, das hat da, oder Schafe, da gibt es so viel mehr. Darum werden wir uns auch das erste Schaf kaufen. Denn wenn das bessere Wolle gibt, das sind dann gleich 6.000. Und auch ein Event. Man geht aus der Tür und direkt in ein Event. Hallo, Yuka! Tut mir leid, dass ich unangemeldet vorbeikomme. Ja, die kann mir, äh, noch gern Tomatensamen geben, wenn sie möchte. Alles, kein Problem. Wir nehmen alles. Wir nehmen gern alles mit. Alles und jeden. Sie war in der Gamecube-Version immer mein Favorit. War auch die hübscheste von allen. Da gab es noch Nami und, äh, Mafi hieß sie, glaube ich, ja. Ich überlege gerade an. Lumina hatte man in der Special Edition für Playstation dann. Und das war's mit den Mädchen, glaube ich. Namis, Cecilia, Mafi, Lumina, ja. Also ich muss nur sagen, dass die Mädchen besser gestärkt sind wie die Jungs. Aber ich wollte mir echt keinen jungen Charakter machen. Man spielt in den Meistergames so viele männliche Charaktere. Da bin ich froh, dass ich hier wirklich auswählen kann. Man wird auch so richtig angesprochen mit sie oder er. Das finde ich cool. Wie sie über uns reden, wenn sie hier weg sind. Aber genau so, kurz vor der, vor dem Eingangstort, Jahr noch mithören können. Habt ihr schon mal über jemanden geredet und noch in seiner Tür? Oder kurz davor? Und dann schauen sie auch noch her und denken sich so, huhu. Okay. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ach ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Wir wollten doch. Nein, jetzt kommt schon wieder das nächste Event. ein Event. Ein Event zum nächsten. Was ist denn da los? Oh Mann, Mann. Ah ja, ich sehe gerade hier. Das ist lädt und lädt bei euch. Na, es sieht gerade so aus, als hättet ihr, äh, ein riesen, riesen Standbild hier. Ich lasse mal bei mir laden und drückt mal nicht weiter. Ah ja, ich sehe schon. Ah. Ah. Ich weiß, hat er sich gefangen noch, oder oder nicht mehr. Ich muss ganz kurz hier was gucken. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade seht hier. Ich gehe mal hier her. Ah, ich höre es auch echt am Rauschen bei mir. Okay. Dann gucken wir mal hier. Oh, es tut mir leid. Oh, ich glaube, ihr habt vielleicht doch fünf Sekunden. Oh, ich glaube, ich sehe das doch ganz gut. Also. Und das freut mich natürlich. Das freut mich natürlich. Jetzt haben wir schon wieder ein Event. Moment. Ist das sein fucking Ernst hier? Das kann's ja nicht sein. Oh, man, 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 man. Und auch noch von meinem Liebling, Rock, ey. Wisst ihr, ihr müsst mal lesen, was der Typ so redet, ne? Dann wisst ihr gleich, warum ich ihn nicht mag. Dann seht ihr es gleich aus. Also, ne. Also, ich mag so, ich mag so Leute überhaupt nicht. Würdet ihr ihn heiraten? Also, im Spiel. Jetzt nicht im Real Life. So, hier im Game. Würdet ihr? Also, ne. Also, mein Fall ist er nicht. Also, ihr müsst echt lesen, was er so labert. Wirklich, also, äh. Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr dann geantwortet hättet auf so eine Aussage. Also, eins oder zwei. Oder etwas komplett anderes in Option drei. Nach eurer Wahl. Ähm, okay. Also, er ist ja so der Typ, er macht nix, er tut nix. Hotel Mama, würd ich sagen, ne? Das können wir natürlich auswählen. Er würde, das sind sowieso alle Spießer und nichts tun, ist das Beste. Oder, wir tadeln ihn ein wenig, weil ohne Arbeit kein Moos. Ist halt so, ne? Wir tadeln ihn jetzt ein wenig mal. Also, was hättet ihr gewählt? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie das, äh, ob ihr ihn cool findet mit seiner Einstellung oder ob ihr auch sagt, ne, Junge, absolut nicht. Okay, so. Weiter geht es. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zur Ausgrabungsstätte. Wir brauchen schon etwas Geld hier, ne? ne, hier war, doch, hier war die. Wir brauchen etwas Money, etwas Moos. Okay, ich hoffe, dass die Ausgrabungsstätte uns keine Energie kostet, weil, das ist, äh, nein, wir haben die Suppe vergessen. Nein. Nein, nein. Wir haben doch unsere Auftragstafel hier. Äh, ja, 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 ist es. Okay. Nein, wie konnte ich das vergessen? Ich voll depp. Boah, wo ist denn der jetzt hin? Wo ist denn der hin hier? Ah, deswegen habe ich doch die dämliche Milchsuppe gemacht. Auch das fehlt uns natürlich jetzt die Zeit hier für die Ausgrabung, weil das schließt ja schon wieder um 17 Uhr. Oh, Mann, Mann. Hey, du bist doch diese Bäuerin, oder? Das ist aber auch so unfreundlich irgendwie. Kann ich dir helfen? Ja, ich bin ein Mensch, wenn ich denn das auftragsiert. So, das, okay. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann. Ich hätte noch so viel zu tun hier, aber das mit der Zeit hier, ähm. Oh, Mann. Mann. Jetzt haben wir schon 2.20 Uhr, kurz nach Viertel 3 hier, na, es ist... Ja, gehen wir mal nach oben. Lumina, hallo. Ah, sie fand ich schon auch süß damals, aber niemand kam an Celia ran. So hieß sie, glaube ich, in der Gamecube-Version. Celia. Von ihr konnte man... Ja, einer von den Katzen damals hat man bekommen, wenn man sich anfreundet mit ihr. Ich hätte so gern diese Siam-Katze aufheben. Ach, wie süß. Kann ich sie mitnehmen? Nein, ich kann sie nicht mitnehmen. Ich wollte sie mit rausnehmen und nach Hause tragen. Ach, nein. Ach, schade. Ich weiß gar nicht, was sie damals geliebt hat. Ich glaube, Erdbeeren waren es. Ach, vielleicht täusche ich mich aus. Die Zwillinge spielten damals doch auch so eine Rolle. Ich weiß auch nicht mehr. Da ging es um die Werkzeuge. Wenn ihr Tipps habt oder irgendetwas, das könnt ihr mir ruhig in die Kommentare posten, ne? Oder wenn ich irgendwas tun soll oder wenn ihr Geldtipps habt, immer her damit. weil Geld ist hier echt Mangelware. Jetzt schauen wir mal, was so im Notizbuch generell drin steht. Was kostet denn alles hier? Was kostet denn ein Tier? Eine männliche Kuh 2500. Eine normale weibliche 5000. Also ich glaube, da ist billiger. was kostet denn das? 3750. Okay. Ja, wenn man selbst so befruchtet, dann muss man wieder warten. Tage. Also 20.000 die braune Kuh hier. Marmorkuh 20.000. Ah, okay, das sind wenigstens gleich die okay. Sternenkuh. Boah, da wohl der Hirsch 25.000, 50.000 die Sternkuh. Oh mein Gott. Ja, Huhn können wir uns auch, aber ich will zuerst das Nächstes. Wir sparen für ein Schaf. Ja, wir sparen für ein Schaf hier. Und ja, der Teich bringt uns nicht viel, weil vor dem Kapitel 2, glaube ich, bekommen wir den eh nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber die 10.000 brauchen wir jetzt hier nicht. Der Milchverarbeitungsraum 150.000. Wie Leute machen wir so viel Geld? Ich meine, ja, man konnte damals die Obstsamen verkaufen, aber das haben sie damals schon behoben bei der Special Edition. Und das dritte Feld können wir auch nicht noch haben, weil da brauchen wir von Takakura diese Pflanze hier. Oh Mann, Mann. Haben wir gepflanzt, unsere Bäume wechseln, genau, wachsen hier, gedüngt haben wir hier auch. Ich glaube, Pflanzen haben wir auch geholt von da hinten. Machen wir mal eine kleine Tal runter. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo ein Event. Wenn nicht, auch okay. Okay, hier ist keines. Nein, hier auch nichts. Ihn finde ich echt cool. Ist das nicht die beste Jahreszeit? Wie ist denn eigentlich bei euch so das Wetter? Also bei uns in Österreich ist es ja echt sehr sehr verregnet. Ich hoffe, habt schönere Tage als wir hier. Und ich hoffe, ihr versteht mich auch mein Dialekt. Ich bin wahrscheinlich die Österreicherin. Gib mir aber Mühe, nach der Schrift zu sprechen, aber manches Mal, vor allem, wenn ich mehr raus. Wir könnten mal in die Bar gehen. Ja, vielleicht lösen wir auch was. Seht ihr das? Das ist die Auftragstafel. Und da bekommen wir zweimal jedes Monat, in jeder Jahreszeit, immer zwei Aufträge. Ich weiß nicht, ob das dann mehr wird. Irgendwann. Ich denke aber nicht. Wo wir ihm dann immer so Sachen abliefern müssen. Oh, jetzt Musik. Und niemand hier. Super. Ich fühle, wenn ich an sie denke. Okay, ich bin ja mal weg. Hat sie echt ein Herz schon? Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott, ja, es hat ein Herz. Warum hat Cecilia auch ein Herz? Heilige Scheiße, warum hat Rock ein Herz? Wir haben ihn doch eine ordentliche Abfuhr verpasst mit unserer Antwort. Und warum hat die ein Herz? Und Gott, gebe ich Milchtee, weil es da seine Quest ist und seine Freundschaft geht die komplett runter. Seht ihr das? Ähm, also ich finde das generell irgendwie sehr unregelmäßig. Also man startet anscheinlich in der Mitte, aber also bringt das Spiel nicht dazu, dass du den Charakteren Sachen schenkst, die sie gar nicht möchten, weil ihr seht doch hier, da ist fast im lila Bereich, der Typ hier, der hasst uns, der hasst uns und will uns sicher an den Kragen hier. Also dieses System hier, einartig, Milky, Gesundheit, Gesundheit? Ähm, Migräte, Gesundheit wieder hoch, Hallo, Hilfe! Okay, okay, Wunder, Ausgaben, Nebenprodukte, Pflanzen, haben wir noch nicht verschickt, Freut mich Naturkapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sieben Kapitel glaube ich sind das, der Rest ist schon so. Jetzt seht ihr wie viele Wunder es gibt? Ich glaube diese Wunder brauchen wir für die Erntegöttin zu retten glaube ich. Ich glaube die Wunder sind für die Erntegöttin mit die habe ich hier echt noch nirgendwo gesehen. Brauchen wir bestimmt. Ja gut, dann würde ich sagen, jetzt ist unser Tag eh schon wieder um. Viel zu schnell vergeht das und die Ausdauer ist viel zu schnell unten. Wir brauchen echt bessere Werkzeuge. mein wir bräuchten so viel aber haben null Geld. Das ist echt frustrierend wisst ihr das? Ich will mein Schaf kaufen und kann mir vielleicht ein Bein davon kaufen. Okay. Ich hoffe unsere Ausdauer hält das jetzt noch aus die Kuh zu melken. Ich möchte jetzt hier nicht umfallen. Los nicht. Aber sie sind so süß. Die Animationen sind echt niedlich. Auch wenn wir mit der Luft kuscheln. Machen wir mal ein Foto. Oh wie süß! Ach wie süß! Ja. Oh seht ihr wie süß! Ne jetzt haben wir gesen. Sie müssen mich speichern. Also die Kamera finde ich echt cool. Das ist ein cooles Feature. Machen wir noch ein Foto. Ja! Oh das sieht echt süß aus. Findet ihr nicht? Gut aber genug mit der Kamera herum gespielt. Wir müssen jetzt die Milch noch verkaufen. 700 bekommen wir. Ja wegen dieser dämlichen Suppe hier. Oh Mann! Also wir schaffen 27 Felder mit Hacken also Pflügen und Gießen und dann ist unsere komplette Ausdauer weg. Okay. Oh wie niedlich er ist. Kiba hat gute Laune. Trainieren wir mal mit den kleinen Racker hier. Dreh dich. Oh ist das süß. Springen. Pfötchen geben. Männchen machen. Ah ja ist süß. Okay gut dann gehen wir mal schlafen. Also hier können wir alles ändern unseren look hier. Also hier können wir unsere Frisuren ändern. Das hier ist von DLC. Also das und das hier. Was war das DLC was ich glaube in Japan zuerst ja Japan rausgekommen ist. Aber ich bin echt kein Fan davon. Sorry. Also ich bin echt kein Fan davon. Okay so dann würde ich jetzt sagen gehen wir mal pennen. Gehen wir hier echt mal schlafen. Und schauen was der nächste Tag bringt und wie wir an Kohle kommen. Ich glaube mit der Ernte allein das wird sehr mager. Keine Mut dass wir nur das ganze Gewürzkraut da draußen essen. Wer kann das nicht leisten? Das ist echt sad. Also das ist echt ähm So bist so süß Milky bist so niedlich. Also Ziel für heute auf alle Fälle wir müssen zur Ausgrabungsstätte weil wir brauchen Geld. Ohne Moos nix los. Ja ist halt wie im real life da wird uns auch nix geschenkt. Mal schauen wie viel Ausdauer wir verlieren wenn wir nur die gießen. Ob wir noch ein Feld hier machen können. Das daneben seht ihr diese neuen hier wenigstens. Ich meine ich könnte natürlich auch die ganze Milch verfuttern damit wir Ausdauer kriegen und könnten anbauen aber ich glaube wir machen mehr Verlust das Gewinn. Gut schauen wir mal ob sich das noch ausgeht hier. Ja vielleicht geht sie noch okay gießen wir das mal machen wir schon mal sägungsfähig Gießkanne ist leer Gießkanne ist leer hier also ich bin aber wie findet ihr es bis jetzt findet ihr süß oder ist das ja nicht so euer ding ich war auch am anfang skeptisch und dachte mir so ja wie wird die Steuerung werden weil es doch schon ein altbacken game ist aber nee es läuft echt gut bis jetzt mach doch echt übelst Laune okay dann gießen wir auch das noch ja das seht ihr seht unsere Ausdauer hier das ist echt schon wieder am Limit nein ich will das noch schaffen eins noch puh das ich meine das ist ein ganz sehr kleines scheiß hier bringt zwar nicht viel aber es ist besser als nichts ne hier ist keins ist gar nicht gut gar nicht gut Obstbäume sind schön am wachsen ach die sind leer jetzt brauche ich hier 18 ne 17 Tomaten 17 gut dann holen wir uns mal Tomaten von der Farm da drüben vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein bisschen so Gewürzdinger für unsere Ausdauer wenn wir dann graben gehen brauchen so einen kleinen Nebenverdienst ok wirst du nicht reingehen bleib hier ey nein ok sie bleibt hier ok ok alles gut ja du sollst mir keine Tipps geben meine Güte so ok Silja ja ich möchte was kaufen ich glaube 18 Tomaten waren es ne also 17 brauche ich dann 17 510 Cash meine Güte und Wassermelonen was sagt dir Wassermelonen anbauen oder nicht nee ich finde die nähe die nähe dauern zu lang nein wir wollen nichts anderes die 440 sparen wir uns so jetzt gehen wir mal zur Ausgrabungsstätte jetzt haben wir genug eingekauft hier jetzt heißt es ausgraben 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 ok ah hier 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 ah hier eine ja ein Gewürzkraut meine meine Helden das sind meine kleine Helden hier oh man also hier kann man ja irgendwie auch so Erze oder irgendwie sowas finden aber ja ich weiß nicht ah ok man muss warten bis hier unten sind dachte man kann einfach so eine Schaufel hier nehmen und anfangen zu graben ah komm her Kata komm ja ich bin eine Hofbesitzerin genau ok so ich will ausgraben hallo ah ok merkt merkt euch um 10 uhr morgens kann man erst ausgraben hier nicht früher ok legen wir einfach los so schwer kann das nicht sein die Schaufel in den Boden zu stecken also wisst ihr tu die immer so so ganz auf geheimnisvoll ist da was drin ja doch da ist was drin oder oh wir bekommen was ganz mythisch oh ein Edelstein haben wir gefunden yes money money fließt in unsere kleine pocket tasche hier mal wie er guckt wie er gerade geguckt hat so machst du das eh richtig was ist denn das ok das sieht so merkwürdig aus was ist denn das etwas merkwürdiges gefunden ja so sieht's auch aus junge junge aber wir müssen hier graben wenn wir etwas nebenverdienst machen möchten wisst ihr ist ja auch was drin ne sieht nicht so aus ne wie er immer guckt ja du kannst uns ruhig helfen hier ne hier ist oh doch hier ist was drin seht ihr an dem pünktchen doch irgendwas ist da verborgen einen alten knochen haben wir gefunden oh Gott hier wurden menschen vergraben wahrscheinlich solche alten pharaonen so heimlich hier wisst ihr so heimlich verbuddelt ne hier ist nix oder ne hier ist nichts hier geht er ja immer vorbei sie gucken immer auf den boden aber graben nicht komisch oder komisches verhalten also diese animation hätten sie aber etwas schneller machen können wisst ihr das graben das ist doch ein bisschen langatmig sag ich mal jetzt steht er hier im weg ja muss ich warten bis er weg ist ja und das war's mehr haben wir nicht gefunden das war alles okay wenn ihr wisst wie man oh hier ist was wie man da die mine hier vergrößert dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben ich kann mich da echt nicht mehr daran erinnern wie man das damals gemacht hat musste man sich anfreunden mit kata oder ging das irgendwann in so kapiteln ich muss ehrlich gestehen mit der mine habe ich mich am wenigsten befasst ja ich fand das immer langweilig wisst ihr ne also hier ist nichts mehr kann ich ne ich muss mit ihm reden okay ja wir haben fertig gekramt für heute so jawohl verstehe gut gehen wir nach draußen so fertig schauen wir mal ob wir alles behalten dürfen oder nehmt ihr uns den Fund weg ich bin gespannt oh wir dürfen es behalten yes das können wir verkaufen mal schauen mal gucken ob wir das in die Versandskiste schmeißen können oder muss man das in Waren verkaufen das gucken wir jetzt gleich ähm schauen wir mal unseren Rucksack an hier was haben wir denn hier eine Tomaten Entschuldigung bis Herbst das ist gut ich glaube ich bleibe nur bei den Tomaten ich will glaube ich nur Tomaten anbauen bis Herbst äh dann haben wir also Milch Mondlicht Erz ein brillantes glasartiges Erz Ah ok Waren Waren kauft anscheinlich den ja eine Tonfigur den Scheiß hier ok ach so das ist ein Blatt Blattfossil ok gut also ich werde nur oh das sieht wie süß oh sie ist schon sie ist ganz erschöpft das finde ich klasse dass sie äh so die Gesichtsausdrucker hier ähm auch so ist echt süß gemacht ganz erschöpft ganz erschöpft ok also Waren kauft den Scheiß hier quasi alright alles klar also ich muss sagen die ersten Tage hier die ziehen sich enorm wisst ihr bis man alles so ein bisschen flüssig läuft bis man Tiere hat bis man Kohle hat aber ich glaube das ist doch der spannendste Teil denn wenn du schon alles hast ja ich denke mal wo bleibt dann der Spaß oder ich weiß nicht ok was äh was könnten ja stimmt Samen sehen hab wollte ich ja eigentlich ne so die hier mal schauen ob ich richtig gerechnet habe ich und Zahlen wissen das ist immer so eine Sache ok oh mein Gott ich glaube es geht sich aus das ging damals nicht also dass man mehrere auf einmal so aussehen kann man musste das echt alles so einzeln machen wisst ihr wie ich mein also das haben sie echt danke Herrgott dass sie das geändert haben ok oh ich muss die Milcher da reingeben nein sonst kriegen wir kein Geld ich renne da mit der Milch herum ok schauen wir mal was wir noch tun könnten mit Energie ist ja so irgendwie ah wir haben ein Event das war ja klar ein Event zum nächsten ein Event zum nächsten jetzt habe ich auch noch einen Aussetzer hier beim Reden oh man man ja ihn kann man ja glaube ich auch heiraten ne aber er war auch nicht mein Fall ne er redet davon dass mich der Typ damals überall vorgestellt hat nein das habe er nicht das habe ich abgelehnt aber ok ein unlogisches Ding unlogische Dinge in Star Wars dieses A Wonderful Life ok ähm ok die Texturen das sind echt schön nicht mehr so schwammig wisst ihr richtig richtig lebend drin das ist echt ist schon äh oh süß was sagst du hier noch du gehst hier so verloren rum und ihr redet nur von der Jahreszeit welche Jahreszeit habt ihr eigentlich am liebsten Frühling Sommer Herbst oder Winter wobei Winter kann man immer noch schlecht sagen oder boah diese rosa Bäume hier das sieht echt schon verdammt schön aus oder hol mir mal die Kamera raus so oh das sieht echt nein nicht die Kamera weg so da speichern das sieht echt schön aus sieht echt schön aus boah ja das ist echt schön okay dann haben wir das auch in der Bar war glaube ich auch niemand kriegt man hier was was haben wir plötzlich in der Hand hier so die Kamera ach um 4 Uhr öffnet die okay was können wir bestellen okay mehr hat er zurzeit nicht aus Auswahl okay alles auch ganz schön teuer muss ich sagen also 150 für so ein Tee oder was das da war nee das können wir uns echt nicht leisten wir sind nicht in Hotel Sacher also nee ich dachte jetzt so von hinten da rennt jemand mit so Marienkostüm herum oh wieder ein Event sehr schön wir stolpern von einem Event zum nächsten oh ich spazier ganz am Strand auch sie sind süß die zwei hier die sind süß und Nami spannt sie etwa das Pärchen aus tja jetzt wurdest du erwischt Nami ha ja jetzt frage ich mich auch was sie hier macht okay Nami du bist mal etwas suspekt du lauerst alten Leute auf okay ich meine ich weiß ich das eine Hobbys aber sie ist hübsch also sie ist echt hübsch ich glaube mit längeren Haaren ist sie noch hübsch aber wunderschöne Augen echt also wunderschöne Augen hat sie muss ich echt zugeben und wir können uns immer noch kein Schaf kaufen wenn wir noch keine 3000 haben oh man man gibt es eigentlich noch ein Event irgendwo gucken wir mal ob es noch irgendwo was gibt ne vor ihr konnte man damals die Katzen ich glaube wenn man sich mit ihr anfreundet kommt sie irgendwann in einem Jahr vorbei ich glaube Kapitel 2 oder 3 bin mir jetzt nicht sicher und sie fragt dich ob du eine von ihren Katzen haben möchtest wenn du nicht befreundet bist kriegst du eine schwarze also Leute wenn ihr euch das Game kaufen wollt freundet euch so viel wie möglich mit jam wenn eine von diesen beiden Katzen haben wollt nur so als Tipp außer ihr wisst das natürlich schon oder ihr habt mehr Tipps für mich dann her damit dann haut raus alles was ihr wisst ok jahren jahr zahlen wir eigentlich schon überall hier nach ich glaube mit Events und sind wir glaube ich durch aber schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal ok wir können jetzt noch Milch von ihr bekommen also wir nächstens die 800 haben für bis wir sich ein Schaf kaufen können wisst ihr wie lange das dauert 800 wie viel haben wir 440 ja 440 haben wir ok jetzt kommen wir langsam der Sache näher aber es reicht immer noch nicht können wir nicht was passiert wenn wir mit unserem Spiegel anschauen was passiert also sie hat echt eigenartige Gedanken wenn sie in den Spiegel guckt ich meine wenn ich durch diesen Spiegel in ein alternatives Universum springen könnte das wäre ziemlich cool hatte sie auch schon mal so einen Gedanken wenn ich in den Spiegel betrachtet habe also ich noch nicht also bis jetzt noch nicht ok also am dritten sollte Wahn kommen das heißt das heißt Blumen einsammeln ok erklärt uns wieder das Notizbuch ok ich gebe euch hier extra alles durch damit ihr so ein bisschen mitlesen könnt ok für bestimmte Rezepte brauchst einen Ofen ok ja meine Kochkünste sind ja hier das erste ja das erste trifft völlig das schallplatten ah ok ich schätze man kann von Gustav schallplatten bekommen wenn man sich mit den an freundet ok und kalender verwenden ok heute kommt Wahn glaube ich ja ist ja ok 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 alright dann los ok ähm jetzt holen wir uns mal die Melch holen wir uns mal die Melch hier die gute alte Melch ich glaube wenn man ein hochwertiges Futter gibt glaube ich ähm dann geben sie auch mal goldene ich weiß es nicht geben sie dann immer goldene Milch aber das kann ich mir jetzt am allerwenigsten leisten am allerwenigsten so jetzt sammeln wir die ganzen Blumen schnell eingießen können wir danach ähm die Blumen sind grad viel wichtiger weil um oh erkundest du das Tal sag ich jetzt da kommt der aber zeitig drauf ne wir haben schon Tag 3 hier so für euch blätter ich wieder alles durch ok ok gut ich hoffe ihr habt ich hoffe ihr habt lesen können hier ok ja hier sind sie Blumen also oh wann kommt der auch schon warum kommt der von da hinten haben wir gerade den Wasserfall runtergeschwommen oder wie ok ok gut dann sammeln wir mal hier alles ein boah jetzt wäre ein Pferd echt cool ne so zum aber da müssen wir nein da müssen wir warten ich erinnere mich dieser kleine Wicht hier der hat uns damals immer alles zusammengefuttert was in unserem Kühlstrang war ähm das war so nervig also ich glaube das haben sie hier auch rausgenommen dass er klaut oh ja gehen wir gleich hier rüber das ist cool dass man hier so durchgehen kann ja ausgraben müssen wir auch später wieder oder ne achso das geht doch erst ab 10 ab 10 Uhr kann man erst ausgraben starten ja ne das so lange bleibe ich jetzt hier nicht stehen das ist verschwendete Zeit jede Sekunde zählt hier ähm ihr seht ja wie schnell die Zeit vergeht das ist Wahnsinn so das hier und das hier ich bin mal gespannt wie viel Geld wir machen so wisst ihr mit den ähm Blumen mir fiel gerade echt das Wort Blumen nicht ein holy shit Blumen ich bin gespannt was Wahnsinn zum Verkaufen hat und wie viel und was wir kaufen können und wie viel er uns für unser Zeug gibt bei den kleinen Laden kann man sicher immer noch machen das ist sicher auch eine kleine Quelle aber bis dann mal einer so vorbeispaziert wisst ihr jetzt gießen wir schnell und dann müsste ich schon mal ins Laden öffnen ich glaube 12 zwischen 12 und 13 Uhr ich glaube 12 was unsere Ausdauer geht wirklich so schnell runter für die paar Samen hier habt ihr Tipps was ich anbauen soll mehr im Sommer also ich bin ja für Tomaten weil ich würde am kürzesten glaube ich brauchen und Wassermelonen das ist alles zur Zeit echt zu teuer das das ist die Inflation im vergessenen Tal hier sowas haben wir hier auch schon okay das machen wir so aber wir könnten uns noch so ein bisschen mit der Ausdauer hier jetzt herumspielen und dann ein paar Felder pflügen damit mit dem Morgen dann die auch Tomaten kaufen können und anbauen was denkt ihr wie viel werden sich ausgehen ähm ich versuche mal ob wir zwei so Felder hinbekommen nee wir müssen froh sein wenn wir eins schaffen okay meint ihr das können wir noch gießen oder sind wir schon da und macht nahe ideal wäre es natürlich wenn es regnen würde oh mein Gott das war knapp boah das war knapp hier hu habe ich noch einen Tomatensamen nee ne nee also neun Tomaten bräuchte ich noch hier äh aber lasst mich mal das hier futtern damit wir ein bisschen Energie dazu bekommen weil das ist ja okay nicht dass uns das in Ohnmacht bringt und dann verpassen wir Wahn weil es dann wahrscheinlich irgendwelche Stunden später ist bis wir wieder aufwachen oder einen Tag danach nee das können wir uns jetzt nicht leisten steht denn dort ich hoffe es ist jemand jetzt hier beim Laden und sie gehen nicht zu Wahn einkaufen ach herrje nee ich glaube neun waren es neun Tomaten ne ja ich bin hier zum Einkaufen aber klar äh Tomaten hätten wir gern nein bitte nur neun neun Stück 270 mich würde mal interessieren was man für neun Tomaten wenn wir die verkaufen bekommen 270 haben wir bezahlt für neun Tomaten wenn wir die ernten muss ich schauen ähm was bringen die eigentlich so wenn die nur 10 Gold mehr bringen ne da konzentriere ich mich komplett auf die Viehwirtschaft Kühe bringen Geld Schafe bringen Geld Tomaten bringt den Ruin oh ein Event wer hätte es gedacht äh ach Lumina sie war auch damals so ein Liebling aber da konnte man sie leider noch nicht heiraten aber jetzt haben sie sie heiratsfähig gemacht ich dachte eigentlich so an Matthew aber schauen wir mal wer es am Ende wirklich wird vielleicht lasse ich das auch so wie ist das so spontan entscheiden am Ende ich glaube damals konnte man Maffi also die Blonde und noch und Cecilia glaube ich war es auswählen mal schauen wer hier kommt soll ich das tun nach dem Zufallsprinzip heiraten am Ende oder soll ich mir einen Kandidaten aussuchen oder soll ich es drauf ankommen lassen wer unser Held wird am Ende ne ich warte ich bin gespannt am Ende wer es wird ach wahn geh schneller hier ich brauch den Laden oh man jetzt öffnet doch den Laden ja er hat geöffnet ja er hat geöffnet okay was können wir was bekommen wir jetzt für den ganzen Blunder durch die Ausgrabungsstätte und den Blumen okay verkaufen wir jetzt mal 870 haben wir ich bräuchte 3000 für ein Schaf schauen wir mal so verkaufen 2510 lol okay also merkt euch die Ausgrabungsstätte wirft doch ganz schön was ab oder es waren einfach die Blumen okay ich möchte etwas kaufen Angel oder Bürste nein wenn ich jetzt die Bürste kaufe habe ich nein da habe ich wieder 1000 zu wenig mit dem Schaf nein ne die Angel hole ich mir jetzt definitiv nicht die mache ich beim mit einem achten dann kommt sonst komme ich nie an das Schaf okay wo soll ich die Angel mitnehmen was sagt ihr Angel mitnehmen oder Angel nicht mitnehmen ich bin gerade überfordert soll ich die Angel mitnehmen ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben ich bin gerade verwirrt soll ich sie nehmen soll ich sie nicht nehmen Angel nehmen Angel nicht nehmen nein scheiß drauf wir nehmen sie das nächste Mal mit wir nehmen sie das nächste Mal mit außer ich schreibe jetzt ich soll sie nehmen dann hole ich sie schnell okay wir haben eine Bürste bekommen und wir verwenden sie jetzt mal hier so okay ähm oh okay das macht sie sauber so jetzt pflanzen wir hier die die hier und die noch boah wir sind eh schon wieder kaputt hier vielleicht schaffen wir es sogar noch zur Ausgrabungsstätte dass wir nein wir können uns das Schaf kaufen oh mein Gott los Leute ne oh mein Gott wir bestellen uns sofort das Schaf bevor noch die andere Kohle weg ist ähm wo war es denn nochmal die Kuh nochmal Kuh Schaf hier hier haben wir es oh mein Gott stell mich hier rüber oh mein Gott ja oh Gott hab ich jetzt hier ein Weibchen gekauft ja oh oh mein Gott Leute es ist passiert wir haben ein Schaf gekauft da endlich endlich so ein bisschen mehr gewinnen wisst ihr oh man man meint ihr wir schaffen oh Event schon wieder ein Event Leute wir stolpern von ein Event zum nächsten aber ich muss sagen die Events sind echt das Spannendste findet ihr nicht ja wir haben uns mittlerweile eingelebt ich meine hallo wir haben Tag drei und wir können sich ein Schaf kaufen ich meine das ist das ist als würde ich im Lotto gewinnen ich muss hier echt auf die Tierwirtschaft setzen nächstes Ziel ist dann noch eine Kuh aber es wird dann wahrscheinlich leider so eine ganz normale weil die anderen noch 20 10.000 ist noch nicht in unseren finanziellen Beutel drin oh mein Gott sie möchte uns verkuppeln seht ihr boah seht ihr das aber ihn würde ich sofort nehmen aber wir lassen den Zufall entscheiden am Ende was sagt ihr einfach den Zufall ich tue mir das jetzt nicht da mit den Geschenken also hin und her man konnte ja ich glaube fünf Ball am Tag was schenken aber ich habe hier keine Ahnung noch was hier jeder mag und ich möchte mir jetzt auch keine japanischen Guides dazu ansehen oder englische welche Gifts hier jeder mag ne dann lasse ich mich dann überraschen wenn es dann offiziell rauskommt am 26. Juni ich glaube fünf Tage vorher kommt Final Fantasy 16 das bin ich auch schon mega gehypt ihr wahrscheinlich auch ne das wird sowas von gespielt aber ich muss sagen ich freue mich viel mehr auf Star Wars Season So Wonderful Life und dann kommt ja glaube ich noch Rune Factory raus also für die Switch das wird auch ja definitiv geholt ne definitiv aber ja sie sind ein süßes Pärchen die beiden findet ihr nicht oh jetzt diese Musik dahinter achte Kinder erben ja das Gesicht quasi von anderen Elternteilen sie gehen ja nicht nach uns sondern nach Vater oder Mutter ne also nicht nach uns halt je nachdem wem heiratet also hätte unser Kind braune Haare blaue Augen wenn wir Matthew nehmen würden ich wollte schöne Kombo ich mag blaue Augen total ok also stimmt ich wollte zur Ausgrabungsstätte boah meint ihr das schaffen wir noch ein paar mal oh ich muss rennen ich muss rennen ich bin so stolz auf uns wir haben das erste Schaf oh mein Gott ich meine es ist noch nicht da aber wir haben es gekauft wir haben es getan Leute ich bin in Tränen so nah gerade ähm nein da liegt lauter gutes Zeug drin nein warum ist der nicht unten Kater du kleiner nein warum ist der nein warum ist der nicht hin sein oh man muss man echt schon um 10 Uhr morgens hier stehen und zum graben anfangen nein habt ihr das gute Zeug da unten gesehen oh meine Güte der kauf Münzen scharf und schon kriegen wir das nächste tief meine Güte bei Jupiter ach komm das kann jetzt nicht sein du hast so viel Zeug drin fast in jedem Grabungsding oh man 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 äh hier haben wir nicht alles gemacht ne also könnten wir eigentlich was sagst du eigentlich überhaupt hier okay ne bitte hör auf das Wort lesen zu verwenden okay ja das wissen wir schon oi Kiba komm her komm her au wie süß oh ja schon verdammt süß der kleine so trainieren wir ein bisschen mit ihm dreh dich dreh dich sehr gut mach Männchen gib Hütchen oh springen oh das ist echt süß und noch einmal drehen abbrechen so mein Gott wenn ich dann denke dass hier zwei Tiere sind die nur ein bisschen mit dem Gras hier nice ich weiß ich weiß was wir noch tun können hier weil Ausdauer ist leer und zwar Ausdauer Städte hat zu gucken wir mal ob wir noch sie ernten können und wenn nicht dann gehen wir zum nächsten Tag über dann gehen wir zum nächsten Tag Tag so oh Micky oh sie ist so süß ich bin gespannt ob diese Schneideschere für die Schafe auch was kostet oh Gott das habe ich gar nicht bedacht das habe ich noch gar nicht bedacht wisst ihr gut dann gehen wir zum nächsten Tag über weil Energie ist weg da können wir echt nichts tun ich glaube der hieß Murray damals Murray so vierter Tag erste Jahr okay dann holen wir uns gleich mal die Milch hier also ja ich würde auch sagen die Tierwirtschaft macht den meisten Profit bis jetzt vor allem die Kühe vor allem die Kühe hier so oh es sieht sich an wie süß bis es immer den Kopf nach unten geht zu verlegen tut das ist echt niedlich heilige Scheiße so aber heute müsste unser Schaf kommen ja Leute unser Schaf kommt heute ähm jetzt bewässern wir das hier mal unsere Obstbäume daneben mir wachsen auch schön jetzt ja es nervt ein bisschen alles einzeln zu bewässern aber es geht am Anfang nicht anders also gucken wir mal so das ist ein Apfelbaum Orangenbaum Pfirsichbaum Trauben und Bananen also ich frage welche Bäume ich da gepflanzt habe und die brauchen immer so ein Abstandsfeld rundherum seht ihr immer so ein Abstandsfeld meint ihr wir können wieder einen neuen Felder pflügen und neuen Tomaten anbauen oder wird da schon zu viel mit den Gießen und Blumen einsammeln ne heute sind sie glaube ich nicht da schauen wir mal wie viel Ausdauer hier noch bleibt am Ende weil ich bin ja echt gespannt ob wir überhaupt noch neuen Felder dazu bekommen würden oder ob das echt schon das wäre schon das Limit glaube ich gucken wir mal eins zwei drei vier hier nehmen wir die mal das wird knapp wow wow das war ganz schön knapp also ich muss echt sagen ohne dieses Kraut hier das rettet echt unser Leben wirklich ohne den ne da könnten wir gar nicht so viel äh es ist ja so viel anbauen wie viel habe ich jetzt fünf holen wir uns noch fünf äh Tomatensamen von drüben oder wir nehmen jetzt die fünf Melonsamen nein die sind doch nur in boah sind doch nur im Frühling und Sommer oder von Frühling bis Sommer äh ne Sommer ah ok ok dann können wir die ne Leute wir nehmen jetzt Melon wenn ich schon hier fünf Stück hab dann verwenden wir die jetzt auch spart auch wieder Geld gut ähm so jetzt gucken wir mal ob wir ähm jetzt gehen wir mal zur Ausgrabungsstätte ich hoffe dass das nicht resetet gleich am nächsten Tag wisst ihr da waren so viele so viele Sachen drin das hätte man super verkaufen können das ist ärgerlich vor allem weil Geld hier echt ähm jede Rolle spielt also um 10 ab 10 Uhr kann man hier graben ja gestern war er ja nicht da ah heute gehen sie schon runter wir warten jetzt einfach bis 10 Uhr was ist denn was ist denn das für ein Chihuahua oh mein Gott Leute seht ihr das oh ist das ein neuer oh mein Gott ist das ein neuer Hund oder gab es den damals auch schon oh seht mal wie süß oh mein Gott kann ich den haben kann man dem was geben also ich habe ja nix aber oh seht mal wie süß oi okay aber ich muss jetzt runter Geld Geld so Kater heute bist du hier unten ja wir möchten helfen aber habt ihr den Hund gesehen er war ja voll süß oh oh nein es hat resettet gestern war viel mehr da drin schade schade aber wie erweitert man dieses Feld alte Münze wie kann man das erweitern bestimmt Anfreunden mit Kater oh da ist was drin seht ihr ihr müsst immer öfters graben dann schaltet ihr auch immer auf irgendwas frei was man vielleicht beim ersten Mal nicht gesehen hat oder beim zweiten Mal ich hoffe dass das echt viel gibt nein hier oh wir haben fast in jedem Ding was drin fast in jedem Loch das ist echt cool okay auch die Tonfigur okay da ist auch was zitiert da ist auch was nochmal ein Edelstein wäre natürlich gut ich weiß nicht was mehr bringt Edelstein oder diese Münze dann müssen wir nächstes Mal gucken wenn wann kommt ich glaube am 8. kommt er wieder am 8. Frühlingstag immer am 3. und 8. okay hier haben wir nichts natürlich jetzt steht er hier ach da oben ist auch noch was oh da ist auch was drin seht ihr und da müssen wir noch gucken ob schon Blumen nachgespawnt sind weil wir brauchen Geld es nützt nichts okay was ich sage es ist eine Tonfigur nein es ist eine Münze hier haben wir ja hier auch noch was natürlich jetzt geht er weg oh gleich beim ersten Mal eine Steintafel mit Bildern okay oder man muss ihm so etwas geben wisst ihr für vielleicht immer sarchäologisch ist und man schaltet dann irgendwas frei ich habe da echt keinen Plan mit der Mine da müsste ich mir selbst mal einen Guide anschauen aber ich hoffe einfach auf Freundschaft und ja nichts tun okay Kata wir haben alles ab nach oben ein bisschen haben wir doch was gefunden ich denke wenn wir das jeden Tag machen müsste doch ein kleines Sümmchen zusammen kommen für eine zweite Schab oder eine Kuh okay ja er möchte die Tafel okay dürfte ihr sie fürs erste abnehmen du kannst das gerne auch für immer behalten Junge ich brauche es nicht ja den Rest möchte ich halt haben gut okay oh mein Gott krieg mir vor ihm den Hund nein das Schab ist hier oh ich krieg die Krise nein ich habe mich gerade so gefreut nein ich oh nein du bist mein kleines Wolli so Leute ich heule gerade oh man wie wie bekommt man diesen Chihuahua wie bekommt man diesen kleinen Hund okay wir bekommen ein Ding okay das ist sehr schön okay das ist gut so das war alles man sieht sich Mädchen ich habe mich gerade so gefreut dass man den Hund bekommt wenn man äh so eine Tafel findet wisst ihr und dann kommt er hier und sagt mein Schaf ist hier ich hab mich gerade so gefreut ich möchte heulen wie süß ist das denn mein seht ihr wie niedlich mein Gott ich streichle in die Luft okay oh kleines Wolli meine Güte so gefreut habe ich mich oh man es ist es ist frustrierend es ist frustrierend Leute ich guck kurz ganz etwas okay ähm okay so so okay oh mein Geld ist hier so ich wird so ich wird aber jetzt ähm fürs erste Schluss machen weil es ist leider schon halb zwölf bei uns hier und ja es hat mich echt gefreut dass ihr dabei wart ich werde wenn ich von der Arbeit komme direkt weiter streamen ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben wie ihr das Spiel fandet oder rede ich zu leise oder rede ich zu laut ich bin immer offen für Kritik also dann ich wünsche euch noch einen schönen Abend noch wir sehen uns beim nächsten Mal